Heute nutze ich ein bisschen und das ist der Part 2 hier. Abonniert mich auf Instagram. LeonYolo5010 Kreativer Name. Tollo! Ja auf jeden Fall, wir müssten reden. Das ist doch eine schlimme Sache. Wie wollt ihr, dass ich nicht mal eine Begrüßung mache? Wie immer für eure Freunde. Ja shit, habt ihr wieder bei Kampstadt oder? Jo Leute, Jassi, wieder bei Kampstadt. Schreibt irgendwas in die Kommentare, was dann passt. Was ist das denn? Für Autos oder so? Ja, schaut irgendwas in die Kommentare, was ich mal eine Begrüßung machen soll. Und dann mache ich sie vielleicht. Wo? Folgt mir auf Instagram. Da habe ich gerade schon gesagt, ich bin so dumm. Nein. Ja auf jeden Fall machen wir jetzt gleich Sachen. Mit gleich meine ich gar nicht. Wart mal. Hört ihr das? Egal. Auf jeden Fall läuft hier richtig krass Musik. Ja auf jeden Fall, wir sind hier irgendwie bei Rewe. Keine Ahnung warum. Wo sind wir bei Rewe? Da hinten ist Aldi. Da hinten ist Rossmann. Da hinten ist so ein anderer Bäcker. Und da hinten ist das Rewe. Und da hinten ist Lidl. Und wir sind... Warum drehe ich mich hinten auf dem Parkplatz? Also warum drehe ich hinten auf dem Parkplatz? Warum schneidet er sein Video mit? Ah, auf dem Parkplatz. Ah, jetzt habe ich mich wieder mit geschlagen. Ich habe einen Schlag. Mami. Tröste mich. Hilfe ihr braucht Polizei. Das ist das schlechteste Video. Oh, guckt ihr nicht. Warum habe ich eigentlich schon 12 Abonnenten? Okay, davon gehört es. Einer davon. Sein alter Kanal. Der jetzige Kanal. Mein Vater. Und er nicht. Und sein alter Kanal auch nicht. Die haben mich letztens deabonniert. Weil wir uns gestritten haben. Und äh... Ja, ich liebe es meine Kettinemotion. Ja... 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 Wix-Wix-Kämmer-HD hat mich nicht gestritten. Das ist scheiße. Das ist scheiß Kanal. Justi. Justi. Ja, ist Justi. Hihihi. 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 Ja, haha. Alle müssen lachen. Leute, Respekt. Wenn ihr das Video schon bei Serien gesehen habt, dass das... Ja... Weil... Viele sagen zu mir, wie könnt ihr überhaupt meine Videos angucken? Manu... Nein! Ich hab mir gerade vor den Fuß gestoßen! Wie hat der das einfach so... Ja, oh Gott! Ja, 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 ja! Wirklich die scheiße Qualität. Warum nehm ich eigentlich nicht mein Selfie-Sticker, ich hab mein Stativ... Ja, warum stell dich mal? Ich hab mein Stativ verhänge ich nicht auf! Ha, ich hab mein Stativ auf! Das ist eigentlich auch... Ah! Ich hasse dich! Das... Ich hab mir gerade richtig wehgetan! Ah! Wehe! Immer wenn ich A sage, Was ist der Spassi da immer? Ey, B! M! Ich hab voll die Schmerzen, das ist gut dann... Ah! B! Das tut richtig weh! Ich bin so dumm! Was hast du das? Jetzt leiden, das Problem... Ich hab mir schon im Video angekündigt, wenn wir heute was machen... Machen wir aber nicht! Und das war's noch... Video! Tschüss! Nein, Spaß! Cool! Die machen gleich was! Nee, ich auch nicht, Alter! Gleich mit mir... Will ich die so zuhaben? Schatz! Ihhh! 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 Mein bester Freund hat mich verlassen! Also... Es beleidigt mich, mein bester Freund oder... Boah, ich hasse diesen Lu-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U! Also, aboniert nicht XXGamerHT! Den dürft ihr nicht abonnieren! Sonst werde ich euch... ...MASIKRIEREN! Was ist die Krion? Abonniert den nicht, der Scheiß! Das ist ein feckiger Arschloch! Der steht bei dem, der fühlt sich einfach gerade... Warum... ...den Aufruf? Ich wollte heute saufen, denn nicht du! Manu macht dessen Gangster gegenseit zu mir. Stimmt gar nicht. Heute Abend, 28.06. 20 Uhr ungefähr. Bis dahin habe ich meine Videos noch gar nicht geschnitten, die hochgeladen, alles wirklich... Da mache ich heute einen Instagram-Livestream. Ich habe gepupst! Ich weiß, ich habe nicht gepupst. Aber hier... Ich habe gehört, ich habe einen Instagram-Livestream bei ihm. Also geht nicht zu XXGamerHD rüber, bei Instagram. Insta... 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 Slash... ...LeonYoyo5010 Ich bin schlecht. Ich habe keine Kritik. Ich bin schlecht. Ich habe keine Kritik. Was war das jetzt gerade? Das war ein 30 Sekunden langes Video. 1 Minute 46. 1 Minute 46. Bin gerade auch schon bei 6 Minuten 20. Boah, Alter. Das ist... Also bei auf... Ja, auf jeden Fall. Ja. Schlecht. Auf Null, du! Schlecht! Nein. Ja, wir haben zu lange nicht mehr drehen. Nein, aber ähm... Hier. Ich muss... Warte mal. Jetzt mal eben traurigen Filter waren, was ich nicht kann. Was ich keinen Bock habe zu schneiden und so. Warte mal ganz kurz. Leute, ich muss eine traurige Geschichte erzählen. Mahnung, Fresshalten. Ich muss eine traurige Geschichte erzählen. Leute, ich muss eine traurige Geschichte erzählen. Leute, ich muss eine traurige Geschichte erzählen. Ja, ähm... Hab ich schon mal gesagt? Nein, das habe ich noch nicht gesagt. Aber Leute, ich muss eine traurige Geschichte erzählen. Ja, der Mann hat mal geküsst, ne? Mann, mach doch mal die Scheiße da aus! Ich will dir etwas Trauriges erzählen. Du machst einfach die ganze Zeit da... Kack-Video, oder? Mein Gott, nee. Mach leiser, oder mach... Komplett aus. Mach... Leute... Ich hasse den. Diese Scheiß-Hurensohn. Komm mal. Pssst. Pssst. Egal. 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 Ähm... Na, tschau. Ich sitze da. Spassier weg. Ja, ich geh jetzt auch nach Hause. Baba, hier rede ich um euch nicht. XxGamerD ist ein Reimer. Ihr meinte tunnels auf auf mich. Was ist denn nicht? Du плست dank um mich. Auf mich nicht. Der meinte Ba Olivia Rapper. Spassier ex. Nur ein zweites Leben halt. Ja, ein zweites Leben, Alter. Zweites Leben 30 Jahren oder so! Boike és Weig hábit. Wer? Max. Weikarten? Genau, natürlich! Auf die Straße legen! Leute, sag mal tschüss! Tschüss! Auf jeden Fall ist der Spasten jetzt endlich weg! Den eh keiner braucht. Leute, jetzt müsst ihr auch nicht mehr das hessige Gesicht von denen ertragen. Der Spast ist natürlich mein bester Freund. Deshalb prügeln wir uns auch immer. Wir müssen uns gar nicht prügeln, aber egal. Und auf jeden Fall... Ich nehm euch jetzt mit auf die Reise und dann weiterfängt ein Ort mein Zaufe. Er kommt jetzt mit, wenn schlimme Sachen passieren. Es ist... Boah! Ja, auf jeden Fall die Reise geht vielleicht drei Minuten. Und das wird dann eine lange Reise sein und ich hab grad überhaupt keinen Bock. Weil ich gleich... Oh, ich muss glaub ich gleich gleich duschen. Aber Leute, wenn ihr auch so sehr duschen habt wie ich, schreibt mal Hashtag Duschel ist scheiße. Scheiß? Ja, Duschel ist scheiße. Mit Hashtag vorne dran. Und dann würde ich mich freuen dass ich gleich ein paar Freunde habe, die zu mir stehen. Ich hab keine Freunde. So, Leute. Spaß aber... Ja... Ja, das ist ja gesagt, Manuel ist mein einziges Spaß, aber... Ja... Ich bin gleich durch... grad einfach durch über die Straße und dann... richtig weit von mir entfernt. Ich bin jetzt einfach mal und dann halt so richtig... so richtig... so mit sich zurückschauen. Springe ich gleich, ja... Spaß aber trotzdem, also... Ich hab mich richtig komisch angepuckt, hab nur so kurz bevor ich mich verreden. Und jetzt fahre... Ich wohne doch noch 4,5 Kilo jetzt entfernt. Und jetzt Spaß. Jetzt muss ich jetzt eigentlich nur einmal... gradaus, links... gradaus, nicht da. Wow. Deshalb... ...passig ist immer bei Mami zu sein. Weil eigentlich... ...ich muss zwar geradeaus, würde ungefähr so einen Kilometer geradeaus. Und dann... ...wieder bei... Also dann ne Ecke halt eben... ...und dann wieder so ungefähr 600-700 Meter geradeaus. Richtig scheiße! Deshalb hasse ich bei diesem Wichser zu sein. Ja. Ich habe gerade gerade so ne Scheiß-Meldung. Ja, ich hatte nur noch 15% ab. Das interessiert mich nicht. Ich mach... Ich nehm trotzdem noch auf. Rüssiger Gangster, Alter. Ja... Es wird gleich überhaupt kein Spaß machen, ein ganzes Video zu schneiden. Oder was auch immer dazu... ...zumachen mit Sachen... ...und so, weil... Ich muss dann wieder 3 Jahre brauchen, weil ich das nicht kann. Na, aber zum Beispiel der Wichser da hinten, den ihr gerade gesehen habt. Der hat halt eben ein bisschen besseres Handy als ich. Und deshalb hat der auch... ...bisschen bessere Sachen, die ich nicht habe. Wie zum Beispiel... ...einfach Einblendungen... ...Follow me auf Instagram. Und das... ...find ich nicht toll, ne? Ich muss auch was haben. Ja Leute, jetzt kommt's. Wenn ich gleich... ...mein Video schneide, ne? Und dann... ja... ...kann ich das wohl auf einmal doch... ...kann ich... ...behindert habe. Der bin, der dumm ist. Und... ja... ...schreibt mal Hashtag Dummkopf in die Kommentare. Wenn... ...wenn... ...ir mich hasst, oder... ...ne nicht, wenn ihr mich hasst. Und ihr auch meint, ich bin dumm. Ich könnt jetzt betten. Alle... ...schreibt mir in die Kommentare... ...Herstellt Dummkopf. Vor allen Dingen dieser Wichser... ...XX Gamer HD. Ich hab das erst direkt... ...da könnt ihr unbedingt drauf betten. Und ja... ...der Wichser. Ja, aber Leute. Ähm... Ja, ich muss jetzt hier auch hören an dieser Stelle. Bis nächstes Mal. Haut rein. Lasst ein Like da. Würde mich sehr viel drüber freuen. Über jeden... ...einzelnen Abonnenten würde ich mich freuen. Und natürlich auch noch... ...die würde mich auch freuen, wenn ihr die Glocke drückt. Und... Haut rein. Bis zum nächsten Video. Tschau.